Hallo YouTube und jetzt willkommen zu einem neuen Part von The Last of Us Left Behind. So, wir sind immer noch im DLC unterwegs mit Riley und Ellie in der Vergangenheit und sie bemüht sich um meine Freundschaft. Aber bevor wir da jetzt weitergehen, gucken wir mal ganz kurz da hinten hin. No. Okay. Dumme Idee, dumme Idee. Ich sag euch, das endet nicht gut. Zwei Kinder, die dort spielen, wo sie nicht spielen sollten. Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen. Stimmt's? Ja. Komm mal mit. Okay, jetzt wird's interessant. Aber ich schau mich nochmal um. Vielleicht find ich was. Ja, geh mir nicht auf den Sack. Und hier? Warnhinweis. Mhm. Okay. Der Lakai. Naja, wenigstens hat er Humor. Okay. Viele Flüchtlinge sind über das Einkaufszentrum da gekommen. Alles klar. Ich halte das immer noch für eine dumme Idee. Und aus dem Grund laufe ich hier alleine rum. Wieso kann ich da nicht rein? Ich hab da ein Dreieck gesehen, aber okay. Vielleicht später. Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Na klar. Muss ich machen. Damit man danach sagen kann, ja, Ellie hat's gemacht. Nicht ich. Das kenn ich. Man muss nur dumm finden. Was hab ich gesagt? Heißt das, das ganze ist hinterher Licht? Finden wir's raus. Ja. Ich erkenne ein paar Probleme an eurem Plan. Das musst du sehen. Ah, warte. Ich... Ich weiß, was du vorhast. Und... Ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine... Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt hab, bevor ich wegging... War nicht so gemeint. Du, Riley. Du bist so sentimental. Du Coup, du hast angefangen! Oh, Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, um umzudrehen. Wie zum Teufel komme ich da rauf? Fliegen! Okay, einen Stein hab ich. Ich hab aber immer noch keine Munition. Wieso hat der eine Soldat gerade keine Munition gehabt? Sind hier irgendwo Arschlöcher unterwegs? Weil hier liegen so verdammt viele Steine. Ah, okay. Ich bin voll geheilt. Top. Da geht's ganz offensichtlich nicht weiter. Also ich befürchte, dass hier demnächst... ...Infizierte reinfluten werden, weil... Schaut euch das mal an. Ja, ich nehm ne Flasche. Irgendwie im ganzen Spiel hab ich immer ne Flasche dabei gehabt. Gefällt mir irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Okay, da komm ich nicht rein. Aber da liegt was drin. Aber das gefällt mir nicht. Sollen wir hier? Yes, Leute. Yes, Leute. Okay. Aber wir wissen genau, was es bedeutet, wenn ich Munition kriege, oder? Dass ich sie höchstwahrscheinlich auch brauchen werde. Voll. Drecksviech. Schock meines Lebens. Aber. Okay, da kann ich rein. Ich guck mal noch ganz kurz weiter. Wie gesagt... Oh mein Gott. Ist ja kalt. Ich hab gesehen, dass man da rein kann. Verdammt. Soll ich hier verrecken? Kann ich die Katze erschießen? Ich hab grad echt das Bedürfnis dazu. Okay, ich schau mal jetzt mal in die Tür rein. Okay. Ich muss durchs Wasser warten. Yay. Und ich hoffe, die Katze erschreckt mich nicht nochmal. Und das Wasser schaut echt ekelhaft aus. Okay. Oh, Mann. Bin ich allein hier? Hier haben wir es. Ein Station. Okay, ich hab gesehen. Da hinten ist ein Generator. Ob ich befürchte, der wird brutals Krach machen. Okay. Also Munition ein bisschen nochmal gekriegt. Ich befürchte, wenn ich den Strom anschalte, dann war's das hier mit Looten. Ich würde gerne... Da oben hin. Da seh ich's da. Aber wo kommen hier wohl die Infizierten her? Aber ich komm da nicht drauf. Ey, sonst kann sie klettern wie der Teufel persönlich. Jaja, stell die Energieversorgung wieder her. Schon klar. Okay. Medizin. Weitere Munition. Ne, hier kann ich auch nicht hochklettern. Ich hab keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Aber wie gesagt, ich schau mich erstmal um. Weil ich glaub, hier ist nachher Teufel los. Und ich kann mich da nicht mehr umschauen. Okay, hier ist viel, viel, viel Heilung. Das ist auch nicht verkehrt. Aber ich kann fast ein Medikit herstellen. Okay, und Steine sind hier auch en masse. Falls ich hier nicht den großen Rambo mach. Alles klar. Da kamen wir her. Da kamen wir her. Jetzt schauen wir nochmal ganz unten. Ganz kurz unten hin. Aber ganz offensichtlich sind sie noch nicht hier. Das heißt, ich vermute... Ich vermute... Ich muss hierher. Wie viel Munitionskapazität hab ich denn eigentlich auf der Gnade? Ich weiß es nicht. Ich will die jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Die nehm ich lieber nachher mit. Die drei nehm ich mal mit. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ach, das bereue ich doch jetzt, oder? Ne, 20. Okay, ich bereue es doch nicht. Und die braucht auch Saft, oder? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Strom anstellen. Ich hoffe, dass ich hier nachher nicht rumspringen muss. Aber es schaut fast so aus, als müsste ich nachher hier von... Von Dingens zu Dingens hüpfen. Oh, das gefällt mir nicht. Okay, 20 Schuss. Dann sind wir voll. Hier liegen nochmal drei Reserve Schuss. Oh, das gefällt mir nicht. Aber wie kommt ich da hoch? Weil das schaut auch interessant aus. Ne, mal im Ernst. Wie komme ich da hin? Weil da liegt auf jeden Fall Stuff. Kann ich das runterwerfen? Ich hätte sowas noch nie probiert. Nö. Gut. Haben wir das auch geklärt? Hier war doch auch irgendwo ein Stein, oder? Ja, Stein. Passt. Okay, schalten wir den Saft ein. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Nichts? Ja, das musst du öfters machen. Keinen Saft. Was haben wir hier? Eine Notiz. Der Generator hat keinen Saft, oder? Mhm, 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 mhm. Alles klar. Haben sich irgendwelche Leute gegenseitig gekillt. Gibt mir das. Geil. Ich darf an einem Schlauch saugen. Yay. Oh, Scheiße. Stalker. Okay. Zwei sehe ich. Zwei Stück habe ich jetzt gesehen. Ach so. Down. Ach, da bist du. Hey, mein Freund. Und da geht meine schöne Munition hin. Und noch einer. Oh, damn it. Okay, da hinten ist noch einer. Oh. Das war doch so klar, dass das hier schon wieder eskalieren muss. Oh. 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 Ich bin mir ziemlich... Wow. Wow. Wow, 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 wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie mich gesehen hat. Waren das alle? So, wo kriege ich jetzt Benzin hier? Leer. Wetten wir, dass ich drei Autos absuchen muss? Es sind immer drei. Wie gesagt, es sind immer drei. Mehr ist aber hier hinten auch nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall durchgeladen. Ich glaube nämlich, das war nicht nur eine Welle. So. Hast du deinen Tank, mein Freund? End sofort mit dir seinen Tank. Da. Klar, drei. Okay, wie geht das? Schlauch reinstecken und... ...einfach ansaugen. ...einfach ansaugen. Dann packen wir ein bisschen was rein. Die Frage ist, wo kamen die jetzt gerade her? Wo kamen die Sackratten her? Komm schon. Okay. Alles klar. Nächster Versuch. ...fuck. Okay. Tja. Finger weg vom Elektro-Wasser. Gut. Die konnt ihr auf jeden Fall rein. Okay, das Elektro-Wasser hat mir auf jeden Fall den Arsch gerettet. So. Hier war noch was. Ähm. Danke. 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 Welchen Weg nehmen wir? Links. Oh man, bloß nicht runterfallen, Ellie. Nicht runterfallen. Alles wird gut. Du fällst nicht in das Wasser und wirst nicht frittiert. Ähm... Ich glaube schon. Okay, jetzt war ich auf jeden Fall mindestens, wie ich auf den LKW draufkomme. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Das werde ich brauchen. So. Okay. Kann ich jetzt wieder ein Medikit herstellen? Yes, Leute. Top. Okay. Ich vermute mal in die Richtung. Stalker. So. Ein bisschen Hummy-Hummy. Okay, offensichtlich sind hier keine. Das gefällt mir jetzt aber nicht, die Tür aufzumachen. Ich denke nämlich, dass wir da hinten hin müssen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was hinten die Tour 1 ist. Okay, schaut gar nicht so schlecht aus. Tour 1 hat mir jetzt gefallen. Ein paar Flatscreen. Aber... Kein Ausweg. Tja, dann wird's wohl Tour 2 werden. Okay. Wohin damit? Ja, ernsthaft. Wo muss ich das Ding hinschieben? Ich muss irgendwie wieder hochkommen. Komm. Nimm. So. Ähm. Schöne hier, oder? Und? Passt das? Okay. Ich bin jetzt auf dem Dach von dem Auto. Wo will ich denn hin? Ich würde ja fast tippen, dass ich da hin will, oder? Tendenziell, ja. Gut, dann schieben wir das doch mal... hierher. Wo gehört denn das Ding hin? Okay. Mal ganz kurz... überlegen. Hier kann ich auf jeden Fall rüber. Alles klar. Haben wir das Rätsel gelöst? Somit haben wir das Rätsel gelöst, Leute. Wo du hingehörst, mein Freund. Und zwar... kürst du... genau... hierher, würde ich sagen. So. Oh. Läuft. Mann. Ich bin ein Genie. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Da sind doch gleich wieder Infizierte. Und dieses Mal leider ohne Barbecue. Kein Zombie-Barbecue. Na gut, das sind ja keine Zombies. Im klassischen Sinne. So. Ähm, ich hatte hier keine Munizie, oder? Nee. Aber neun Kugeln haben wir ja noch. Das ist ja schon mal was. Ja, ich höre dich. Ach du. Heilige Scheiße, Leute. Ach du heilige Scheiße. Wisst ihr was? Den Rest gibt's beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißige Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Und vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.